Ja, herzlich willkommen zum Infovideo der 2006er Liga, während Arne sich hier schön wegdreht. Ja, perfekt. Scheiße. Ja, es geht sich hierbei um folgendes, und zwar der angekündigte Testtag. Für Leute, die gerne noch hier bei uns einsteigen wollen. Denn den Test möchten wir gerne am 7.7.2013 machen. Das heißt, diesen Sonntag um 18 Uhr. Und wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr eine E-Mail an Arne. Welche E-Mail-Adresse schicken? Äh, ja, gute Frage. Keine Ahnung. Ja, wir werden es in die Betreibung posten. Ich dachte, der Arne weiß das. Ich weiß das gerade selber nicht mehr. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, siebter, siebter Testtag, äh, 18 Uhr, äh, wenn es euch irgendwie nicht passt, oder wenn ihr gerne mitmachen wollt, ja, was euch zu fokus vielleicht, dann schreibt das bitte in die Mail mit rein, dann können wir da an diesen Sonntag dann vielleicht noch irgendwie, äh, ja. Also, wer grundsätzlich gerne möchte, aber nicht kann, der kann trotzdem eine E-Mail schreiben, dann verlegen, weil, äh, für die Leute, wir werden auf jeden Fall noch, äh, noch einen zweiten Testtag machen. Und so einen Nachtest vom Nachtest sozusagen. Genau, der wird dann aber wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein. Ja. Äh, das dazu, also Prozedur wird dann ablaufen wie immer. Äh, E-Mail mit den Daten und so bekommt ihr dann. Na, und, ja, das war's, glaub ich, auch schon wieder, das war ja nur ein kurzes Video. Naja, wir müssen schon sagen, dass wir, äh, den, den, den Download-Link werden wir nochmal unten in der Beschreibung posten. Ja, richtig. Genauso wie die Strecke. Wir werden nämlich Hockenheim fahren, lass das denn jetzt vergessen zu sagen. Ja, richtig. Äh, Installation gibt's auch im Video zu, so, ja, sonst kommt ihr mir nicht auf den Server. Sollte eigentlich auch, äh, für euch heute angekommen sein. Und, ja, sonst hab ich auch, keine Ahnung, ja. Ach so, TS, äh, 7. Ja, das steht alles mit in der E-Mail drin. Und, dann sehen wir uns doch hoffentlich in, äh, großer Stückzahl beim Nachtest. Oder beim Testtag, erst mal. Ähm, ja, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.